Also ich bin der Simon Schädel aus Wien, bin 13 Jahre alt und bin von der Agentur AMT und in meiner Freizeit spiele ich Saxophon, gehe Leichtathletik, ich singe in einem Chor, ich tue Einradfahren, Slacklinen, das ist auf so einem Seil gehen und da sind auch meine Hände und mein Profil. Ja, das war's von mir.